Willkommen zurück bei Tales of Exilia. Ja, wir haben das letzte Mal aufgehört, wir sind in die Stadt gegangen und wollten jetzt die Quest gerne abgeben, aber die Frau ist doch, die Frau ist wohl noch da. Er ist ja auch ein Söldner, mein lieber Jude. Er ist ja auch ein Söldner. Äh, Miller? Mit Undines Power, ich bekomme Sustenance aus dem Wasser. Was ist sie hier? Ich glaube, die Spirits gaben ihr all die Energie, die sie brauchte. Well, jetzt musst du dir selbst die old-fashioneden Weise nachdenken. Ich sehe. Also das ist das, was du Hunger nennen möchtest? Faszinierend. Was? Oh, wir sollten uns das Ende des Endes. Jetzt, dass du es nennen möchtest, ich könnte ein paar Grub selbst benutzen. Okay, okay, sie ist am Verhungern, aber... Das Auto-Objekt-System wurde freigeschaltet. Figuren, die auch automatisch eingestellt sind, verwenden beim Kämpfen Objekte. Dazu müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein, die im Strategie-Menü eingestellt werden können. Mit den richtigen Einstellungen kannst du dir einen großen Kampfvorteil sichern. Manche Objekte wurden vorab für dich eingestellt. Probiere sie aus, um dich mit dem System vertraut zu machen. Erlangt eine Objektsphäre und 2000 Gold. Nein, nein. Ich dachte nur, dass, wenn du für Arjul spielst, vielleicht könntest du deine Verbindungen nutzen, um mir ein paar hochwertige Intelligenz-Werken zu machen. Sorry, dass ich dich verweigere, aber ich versuche dir, dass ich deine Fahne betrachten werde. Du musst nur noch ein bisschen länger warten. Fair enough. Aber auch mit deinem speziellen Freund-Discount, ist der Interesse aufzunehmen. Obwohl er jetzt auch noch Zinsen verlangt. Aber ich nehme an, ist diese Frau in Ordnung? Sie sollte sich auf der Stelle hinlegen. Hä? Da ist doch immer noch ein Quest-Symbol. Okay, das Quest-Symbol scheint aber nicht zu bedeuten. Vielleicht bild ich mir das nur ein, aber ich habe den Eindruck, dass es immer länger dauert, aus Fenmons Nachtklima herauszukommen. Die haben an, neue Dialoge. Ja, aber genug von dieser verdammten Spioniererei. Es gibt auch schon so genug Spannung zwischen Raschugal und Arjuljol. Wir haben zur Zeit keine Abreise mehr gehört, euch tut mir leid. Kommen Sie später wieder. Jo, okay, machen wir. Ihr beide habt immer noch den gleichen Dialog. Ihr beide habt immer noch den gleichen Dialog. Ich bin stolz auf euch. Jetzt die Frage, wo ist denn mein... Warum ist eigentlich keine Musik? Ist das richtig, dass hier keine Musik ist? Es wundert mich gerade so ein bisschen, dass hier also halt überhaupt so komplett still ist. Okay. Komplett still. Egal. Wir können hier ins Gast... Nein, wir können... Wo ist denn das Gast... Wo ist das Gasthaus überhaupt? Wir können theoretisch... Symbolschlüssel? Ach so. Ah! Gasthaus ist gelb. Okay. Okay, 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 okay. Ähm. Wir können theoretisch... Erweitern. Jo, was haben wir denn so? Drei Mal. Oh. Zubehörladen braucht das gleiche wie der Waffenladen. Das ist natürlich doof, in Anführungsstrichen. Warte mal, sehe ich das gerade. Bonus mal drei. Wir schenken dem mal alles. Und sind jetzt Level 3. Und wir haben immer das gleiche Material. Rüstungsladen. Eisensand, zehn Stück... Acht Stück. Machen wir einfach mal Eisensand. Okay. Ähm. Lebensmittel im Laden braucht die Dinger auch, ne? Das ist natürlich jetzt... Hm. Sehr gut. Verkackt. Zubehörladen hat halt noch gar nichts. Aber... Level jetzt acht. Bonus mal drei. Ich hätte ja gar nicht hier auch ein Level ab. Betäubungsarm, Reif. Okay. Und hier können wir den Rest rein... Also was heißt denn Rest? Rest ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir können das auf Level sieben machen. Vielleicht war das jetzt so unklug, wie es nur unklug sein kann. Aber egal. Vielleicht habe ich gerade was total Wichtiges verkauft. Durchaus möglich. Durchaus möglich, aber sei es drum. Dann ist es halt jetzt so. Wir können mal eben zum Waffenladen gehen. Denn wir haben jetzt eventuell tatsächlich ganz viele neue Waffen, die wir kaufen könnten. Wenn wir natürlich das Geld hätten. Ja. Tatsächlich haben wir für alle drei eine neue Waffe. Ähm. Und wir haben noch ein neues Schwert bekommen. Ach du Scheiße. Bald erhältlich. Zweifach Schneider. Skimitar. Äh, okay. Moment. Also wir haben für ihn jetzt... Hey, habe ich nicht gerade irgendwas gekauft und angelegt? Moment mal. Was habe ich denn da gerade... Warum hat sie jetzt ein Kukuri? Moment, ist das richtig? Jetzt bin ich gerade... Jetzt habe ich mich gerade selbst verwirrt. Tatsächlich. Ich habe mir gerade ein Kukuri gekauft und dann habe ich das Gimia freigeschaltet. Also das war natürlich super, 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 super gut. So, der... Wir kaufen jetzt erstmal... Den Faustschutz. Weil ich dafür gar nicht genug Geld habe. Was habe ich mir denn da gerade... Ich habe doch nur für 800 was gekauft und ich hatte 3000 Geld. Wie habe ich das denn gemacht? Im Besitz 5? Nein! Ich habe aus Versehen nicht eins gekauft, sondern... Wow. I'm a genius. I'm a fucking genius. Ja, ich habe kein Geld mehr. Wir lassen das jetzt erstmal so. Fuck! Fuck! Okay. Ähm. Ja. Das war absolut mein Fehler. Beziehungsweise mein... Mein Fail. Ich würde es eher als Fail bezeichnen als als Fehler. Ähm. Ja. Das war... Fail. Aber... Einer von der großen Variante. Ich habe gerade super viel Geld verschwendet. Ich meine, ich weiß, ich könnte laden jetzt. Aber mache ich nicht. Weil... Habe ich halt gefehlt. Menschen aus Rasugaal tendieren dazu, auf die Menschen aus Aijul abzublicken und sie als minderwertig zu betrachten. Trotzdem ist es ihnen nicht... äh, ihnen gelungen, uns den Boden unter den Füßen wegzuzählen. Die Geschwindigkeit, mit der Aijul sich entwickelt, ist einfach unerhört. Äh. Viele Orte haben ein instabiles Geisterklima, aber das Geisterklima, das Aul-Dahi... äh, Aladi-Seerhafen zwar immer ausgeglichen oder irgendwas stand da. Aus diesem Grunde ist es ein wichtiger Aufent... Tankhafen für lange Reisen. Okay. Wir können hier sogar speichern. Aijul ist in der letzten Nacht wirklich aufgeblüht. Der König hat althergebrachte Bräuche abgeschafft und zahlreiche Trinken notwendigere Formen durchgesetzt. Habt ihr schon mal Morgendämmerung getrunken? Den berühmten Wein aus Aladi? In ganz Ries-Marxia werdet ihr kein edleeres Getränk finden. Nee, habe ich gerade nicht vor zu trinken. Knock-knock. Kannst du kochen? Kannst du kochen? Ja, bitte, hilf dir selbst. Dein Freund sieht, wie sie rauskriegen. Mein Stimme? Es ist wirklich graulier. Und hier dachte ich, das war nur eine schuldige menschliche Exprache. Ja. Und er verdaut sich gleich selbst, meine liebe Männer. Ähm, okay. Jude kann hoffentlich kochen. Ansonsten wird das jetzt gleich... Hey, not bad. Not bad? It's good. I quite enjoy ingesting calories with you. Humans should learn to cherish these simple pleasures. Was ist los, Jude? Sonia geschlagen. Guten Morgen, Alvin. Sorry, you had to carry me up there. Don't worry about it. Just part of the job. Oh? Heh. So now what are you gonna do? Well. Good morning. Good day, Jude. I was just about to share my plans with Alvin. What is it? I'm thinking of returning to Nia Cara. Is that your hometown? More accurately, it's where my shrine is. If I go back, I might be able to resummon the four. So, she really is Maxwell. This is where you come in, Jude. Will you accompany me to Nia Cara? What? It's true that you brought your current situation upon yourself, but I bear some of the blame as well. I'll put in a good word for you with the people of Nia Cara. I'm sure they'll look after you. Wow. You've put a lot of thought into this. Yes. Remember when you told me I seemed unconcerned? I decided to take that to heart. Mila, you don't need to practice your sword play anymore? No need to concern yourself with my martial abilities. Well, if nothing else, you know how to swing the pointy end. Okay. I'll come with you. Good. You needn't worry. A little more practice wouldn't hurt, though. You think so? Better safe than sorry. Come find me once you're ready to go. Wait. You're coming with us, Alvin? Why not? I've come this far. Hey, Mila? Thanks. Moment mal. Sie hat sich ja nicht mehr für das Essen bedankt. Du kommst mir hier mit Thanks. Wie kann ich denn... Bist du die Lebensmittelverkäuferin? Ja, bist du. Kaufen. Was ist das denn hier? Das Essen von Fertiggerichten bringt für eine bestimmte Anzahl von Kämpfen Spezialeffekte wie KP, Wiederherrschen oder Erfahrungsschübe. Okay, das ist natürlich ziemlich cool. Ähm, wenn man nämlich dann... Ja, Erhältnisgalt... Das ist natürlich cool. Wenn man nämlich später farmt. Also, wenn man später gezielt irgendwas farmen will, dann können... Dann kann die Sachen, glaube ich, relativ nützlich sein. Jetzt, glaube ich, erstmal tatsächlich so überhaupt nicht. Also, behaupte ich. Ich behaupte jetzt, gerade bringen wir... Ja, das ist wenig. Noch an der langen Reise muss ich einfach immer eintrinken gehen. Und natürlich endet es jedes Mal damit, dass ich zu viel trinke. Ja, das nennt man... Deswegen trinkt man auch einfach... Macht man nicht. Ja, ja, ich weiß. Äh, ja. Ich bin... Ich bin jemand, der tatsächlich... Nie zu viel trinkt. Also, äh... Ich war in meinem Leben noch nie betrunken. Und das möchte ich auch gerne so behalten. Yep. Mila, du sagst, es ist nach hier? Nicht weit. Oh, well, I'm afraid my wings are, you know, non-existent. I hope we can find a place to rest along the way. The map showed a village in that direction, so we should be okay. Either way. We can't just stay here. We must press forward. I know. I know. Jetzt ist die Frage, haben wir hier noch Quests? Ja, haben wir. Der Chef auch sagt, ich muss lernen, wie man Natronenreisen macht. Leider habe ich keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Könnt ihr mir helfen? Annehmen. Vielen Dank. Wenn ich nur... Ihn nur einmal essen könnte, kann ich bestimmt herausfinden, wie man ihn macht. Okay, wir brauchen also einmal Natronenreis. Okay. Was ist mit dir? Noch mehr Monster haben sich um Silvesti vor diesem Hafen niedergelassen. Ich habe eine Söldnerin vor Ort gebeten, sich darum zu kümmern, aber ich befürchte, dass die Monster sich überwältigt haben. Könnt ihr bitte zum See gehen und sie retten? Ne, machen wir. Wir kümmern uns jetzt hier am Anfang erstmal um die ganzen schönen Quests. Was ist mit dir? Nikera? Ich glaube, ich habe davon gehört, dass es ein Dorf irgendwo beim Haladifad stimmt. Ja, kann sein. Haben wir hier noch irgendwo Quests? Quests, 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 Quests. Quests? Can't see anymore Quests? Okay. Then we should go. Auf geht's. Ich save einfach mal eben. Ja, ich save einfach mal, damit wir, damit hier nichts Falsches passiert. Gärbe? Ja komm, kämpfen wir halt. Also, wir haben mit ihr jetzt ein neues Schwert, wenn ich mich hier nicht täusche. Das ist mir halt. Naja, also, ja, das Schwert ist so lala. Wir hätten lieber für ihn das Schwert kaufen sollen. Was sonst? Levelaufstieg für ihn, das ist auch interessant. Ist Mila wirklich das, Maxwell? Sie ist ein bisschen nuttig, aber sie sieht normal genug. Ich glaube, das ist wahr. Als ich sie erst kennengelernt habe, Mila hatte die vier Great Spirits mit ihr. Was? Geh aus hier. Nein, wirklich. Fire Spirit Efreet, Water Spirit Undin, Wind Spirit Silph, und Earth Spirit Gnome. Das war die erste Mal, dass ich sie in person gesehen habe. Inneren und Äußere werden, ne? Uffs. Ich muss mich auf die Schraube aufreißen. Du liebst das Ding, nicht? Es ist einer der Fismajs-Fanste. Für dich wirklich gemacht. Ich weiß nicht viel über die Branden, aber es sieht gut an dir. Du musst aufhören, was du weißt, Junge. Es ist, wie die Welt einen Mann schützt. Es ist ein Mann. Ich würde lieber denken, was im Inneren ist, was gilt. Ja, und das ist, wie das im Inneren ist, wird auf die Außenstehung. Du glaubst nicht, dass ein paar Leute schützt, was im Außenstehung, um die Außenstehung, um die Außenstehung zu entdecken? Wenn du nicht durch eine falsche Fronten gesehen hast, ist das dein Problem? Also, du schützt die Vizepräsidenten, um zu verabschieden. Wenn das wirklich was du glaubst, Alvin, das sagt mir alles, was ich muss wissen, was im Inneren ist. Man, ich bin sicher, dass ich das letzte Mal verabschiedet habe, oder? Oh, armer Alvin. So, ich habe aber ein Level Up. Das lässt sich hier nicht wegdenken. Und wir haben tatsächlich nur mit ihm. Schade eigentlich. Wie war das nochmal mit dir, mein Freund? Du wolltest... Ja, was wolltest du? Beweglichkeit? Geschick? Wir machen das einfach mal voll hier. Komm schon. Ich mein... Achso, das ist ein KP. Die FP brauche ich aber auch noch. Erdschutz. Aha. Fertigkeiten. Ah, du hast keine Erdschutz. Drei. Was ist Erdschutz? Ja, gut. Ähm. Lassen wir erstmal. Brauchen wir jetzt gerade erstmal nicht. Oh, da ist ein Sack. Wo kommt denn der Sack her? Okay, jetzt habe ich mich ein wenig über den Sack herunterladen. Ich bräuchte gerne mal irgendwie neue Energie oder sowas. Das war die Aqua Protection. Genau, ich erinnere mich. Und das war... Genau. Okay. Okay, ich habe die Steuerung wieder... Ne, ich habe sie nie vergessen in dem Sinne. Ein Spinnennetz. Das ist nett. Und wir haben hier, wie gesagt, eine neue... Bildgrassarm. Bekommt man jedes Mal... Das sind die Säcke, tatsächlich. Wollten wir erzählen, die Säcke sind immer und immer wieder neu? Echt? Okay. Das ist natürlich einerseits ziemlich cool. Die vier. Ich bin einfach auf die Silph-Fly-Me überall. Die einzige Mal, die ich wirklich aufzunehmen war, war, wenn ich Oundin benutze, um über die Wasser zu gehen. Ich verstehe. Vielleicht ist das dein Vergnügen, um die vier Great Spirits zu behandeln, wie deine persönlichen Servanten? Servanten? Sie können helfen jetzt und dann, aber sie sind diejenigen, die mich beschweren. Sie sind wie ein paar Bickering-In-Laws, die immer nach Hause kommen. Oh, did you just call the four Bickering-In-Laws? Nice. Kämpfen die gerade Gegner? Nein, 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 nein. Wir müssen mal reden. Müssen wir nicht. Okay, perfekt. Raben, schwarze Feder oder irgendwas, irgendwas in der Art. Ich kann gerade nicht. Ich muss mich gerade darum... Oh, Hallöchen. Oh, schöne Feder und zwei. Dankeschön. Ähm, wir... Ich muss mich gerade irgendwie darum kümmern, nicht in allzu viele Kämpfe zu geraten. Also, ich will gerade nicht in wirklich jeden Kampf reinraten. Compared to Fenmont's nightclimb, the sky in Aujul sure is bright. That's true. The spiritclimbs here are much more stable. What are you talking about? What do you intend to climb? C-L-I-M-E. Surely the great Lady Maxwell knows all about the subject? Don't flatter yourself by assuming I recognize every arbitrary word you humans create. Human arrogance can be so trying. Mila, do you know what Riza Maxi is made of? As if I wouldn't know? The power of spirits composes the entire natural world. Right. The term spiritclimb refers to the balance of spirit power. When that power is out of balance, nature can become polarized in one direction. That's why there are unusual spiritclimbs. Like the perpetual night of Fenmont. I see. Thank you. Now I understand. You're very good at explaining things. My pleasure. Oh, I see how it is. I guess I'm just an arrogant human compared to a little old innocent Jude. I see how it is. I see how it is. I see how it is. I want to go to the west side because we have here. No, I'm wrong. We have somewhere down there a new quest, right? I don't know. We have to do it. 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 This is what we have done. We have to do it. We have to do it. We have to do it. We have to do it with a lot of Maori. Shoppinger. We have to do it. Raven, schwarze Federn. Raven, schwarze Federn. WTF. We have to do it. We have to do it. And there is another type of guy with a... With a... Ja, Rauch over the head. We have to go ahead. We could never say that. Falsche Tast. gesagt also was bedeutet er auch ein level ab dann können wir jetzt mal eben neue punkte verteilen mila ja wo verteilen wir dann deine punkte hin das ist eine gute frage ich hätte gern mehr fp wo sind überall fp tp da sind fp was ist das hier da sind auch fp was ist das hier was ist das hier tauberschutz man hat magische schäden es an sich nichts schlechtes wird plus ist auch nicht schlecht wir haben ja noch stärke stärke bloß natürlich auch nicht schlecht also was haben wir da jetzt aktiviert soliderschutz ja okay es ist okay was ist mit ihm haben wir hier eins haben wir eben fertig machen an was das bringt stahl plötzliche kampflesschub der ja ja okay okay wir wollten fp fp haben wir einmal zum beispiel hier hätte ich gerne und da haben wir auch schon einmal fp wo was will ich denn eigentlich mit ihm hier ich will mit ihm ja wie dann die haben wir schon ich habe irgendwie das gefühl dass wir ziemlich bald naja bald ist falsch aber dass wir halt in anführungsstrichen relativ schnell dass alles auch voll bekommen das ist halt irgendwie so ich habe das gefühl dass wir hier alles voll kriegen werden aber vielleicht ist das auch nur puro weiß ich nicht fertigkeiten miller du wirst es jetzt über genug punkte verfügen tust du auch das ist auch über mehr punkte verfügen sehr schön wasser er hat nicht mehr so viele punkte strategie er wir können hier mal eben ganz kurz gucken verwendete schützen starke gegner aktion frei war kp stufe durchhalten tp anhäufe tp sparen ist okay manchmal verbinden taktiken verbinden ja das ist wird hier eventuell noch spaßig mit den verwenden eventuell muss ich den verbieten oh wir haben getrocknet wow nice okay okay es hat leider nicht so viel abgezogen wie schafft hat egal okay so jetzt hätten wir hier noch ein wunderschönes noch mal fünf spinnen jetzt also wir kriegen ja echt zeug ohne ende also muss einfach also farming stelle ich mir jetzt bis jetzt gerade noch relativ leicht vor muss ich gestehen und jetzt ist da die arme oh shit ich habe vergessen eine neue aufnahme zu machen ich wollte schon lange eine neue aufnahme machen dammit das ist jetzt das ist jetzt das ist vielleicht egal oh dankeschön und finish it dankeschön wildvogel ei ich nehme an du redest jetzt mit uns danke noch ein bisschen länger aber ich wäre zum abendessen geworden ihr scheint zu wissen wie man kämpft seid bloß niemals so unachtsam wie ich es gewesen bin wow okay dann machen wir jetzt hier einen kleinen cut ich ich Untertitelung des ZDF für funk, 2017